Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der beste Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elias. Ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Ich habe ein bisschen Angst, Chad. Ich zeige euch jetzt die Challenge. Wir wollen dieses Jahr die Win-Challenges wieder richtig geil machen. Und dazu haben wir uns hier überlegt, dass wir rein starten mit der Form auf dem Papierherd. Meine lieben Freunde, das ist die Liste der Schande. Wir müssen ein Warzone-Win holen, ein Party-Animals-Win, ein Mario Kart-Win auf 10.000 Punkte-Lobbys, also einer von uns muss erster werden, ein Fortnite-Win, ein Veilo-Back-to-Back und ein Fall Guys-Win. So, hört sich an sich nicht schwer an. Aber wir müssen alles hintereinander holen. Wenn wir einmal verkacken, fangen wir wieder bei Null an. Das heißt, beispielsweise, wir holen ein Fall Guys-Win, ein Fortnite-Win und ein 10.000-Punkte-Mario-Kart-Win und gehen dann in Veilo rein. Holen in Veilo die erste Runde und versuchen den Back-to-Back und verkacken dann da in der Overtime mit Unentschieden. Dann müssen wir wieder bei Null anfangen. Wenn wir dann wieder bei Null anfangen und wieder ein Fall Guys-Win holen und dann verkacken wir direkt bei Party-Animates, müssen wir wieder bei Null anfangen. Wenn wir alles gewonnen haben und dann am Ende in Warzone gefickt werden, müssen wir wieder bei Null anfangen. Das ist das Problem. Denny, ich bin mal am Digga, mit was für einem Wichser spiele ich denn hier gerade zusammen? Okay, Jungs, dann lass uns schon mal den Plan machen. Mit was starten wir? Mit wie? Wie gehen wir vor? Es gibt tatsächlich hier nur eine Möglichkeit. Mario Kart zuerst und bin raus. Ich bin bei diesen Challenges, bin ich wie Dr. Strange, der in die Zukunft guckt und sagt, es gibt nur eine Möglichkeit. Ja? In was für einer Reihenfolge wir das schaffen können. Okay. Die Reihenfolge ist Mario Kart, dann 100% Fall Guys, dann Party-Animates. Aber ist es nicht schlau? Nein, Nelly, bitte. Bitte, lass es. Dann Warzone. Nein, nein, nein. Dann sofort, doch, dann sofort Warzone, Nelly. Wir können nicht als viertes Warzone machen, Micky. Doch, wir müssen, wir müssen diese drei Piss-Spiele, ich werde das nicht machen. Ja, Warzone. Ich werde nicht einen Warzone-Win mir eintragen lassen und dann in Party-Animates und dann wird der Büffel und El Quarko wird dann gefickt. Und dann müssen wir wieder Warzone machen. Ich bin da, Jungs, ich bin da, ich bin live. Was, was ist deine Strafe, Ficklocke? Kamelpisse, Kamelpisse. 200 Milliliter. Aber die Kamelpisse will ich, dass du die, dass du die mit einem Strohhalm wegschläufst. Ja, ist kültisch, sag ich ehrlich, ist kültisch. Nur mit einem Strohhalm. Pass auf, du kannst sie aussuchen. Dann macht die Kamelpisse vorher ein bisschen warm. Dass sie so ist, als ob sie direkt aus dem Kamel rauskommt. Ja. Wir wollen sowas jeden Monat einmal machen. Dass wir dann auch verschiedene Challenges haben. Wir können richtig coole Bestrafungen öfter machen, so. Wir können auch ganz kreativ sein. Elie, lockst du den Fallschirmsprung ein? Ich weiß halt nicht, ich habe übertrieben Angst davor. Ich weiß nicht, ob ich das tanke. Das ist gerade mein Problem. Du bist der verflächte Gott, Elie. Ja, gut, scheiß drauf, dann mache ich Bungee Jumping, Fallschirmsprung. Aber ich sage ehrlich, da werde ich mir einkacken. Bungee Jumping oder Fallschirmsprung? Das ist nicht das, ja, dann Fallschirmsprung. Also ich würde für mich, das ist auch schon hart, das traut mich fast gar nicht auszusprechen. Ich würde, ich würde dreimal ins Fitnessstuhl gehen. Warum? Ich möchte den Surströming riechen, weil ich glaube, alle übertreiben mich. Nein, nicht riechen. Du musst ihn dann schon essen, Bruder, du musst ihn essen. Und du musst vorher sagen, wie viel. Ich hätte eine geile Strafe für mich und Danny. Ich mache, mir und Danny, mache ich ein schönes Candlelight Dinner fertig. Ja. Hier auf Madeira. Tisch, Decke, dann werfen Danny und ich uns beide ins Clownskostüm und fressen die komplette Dose Surströming leer. Die Dose? Jungs, es kann sein, dass ich dann hier, es kann sein, dass ich dann mit Absicht reinwirte, ne? Es kann sein, dass ich mit Absicht reinwirte und ihr das machen. Wir werden im Clown, wir werden Hand in Hand, Danny. Ein S-Level ist doch auch schon super zahlt eigentlich. Nein, das ist zu wenig, Bruder. Das ist zu wenig, dafür im Fallschirmsprung. Bruder, ich spring aus dem Flugzeug raus, Mann. Candlelight Dinner. Oh, Digger. Ich sage, ich sage, aufgrund der Schande werden alle Bestrafungen im Clownskostüm gemacht. Ja. Das ist nämlich gültig. Ja, die Kamelpisse, die Kamelpisse im Clownskostüm trinken. Der Fallschirmsprung, dann setzt du dir so eine Perücke auf, ist auch gültig. Oder wenigstens, und du versuchst dabei, die Clownsnase festzuhalten, damit die Schande, damit das auch wirklich, das ist wichtig. Digger, stell dir vor, ich springe da mit so einem Clownskostüm aus dem scheiß Flugzeug raus. Ja, geil, 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 geil. Danny, du wirst mir nicht angezeigt. Ich kann Micky joinen. Also ist die Runde gültig hier? Ja, sie ist gültig, geil. Es ist keine Verbindung mit dem Zielgerät möglich. Bitte versuchen Sie es später erneut, Jungs. Ich glaube, ich habe eine Vorlesung. Also, wir werden ganz selten zu viert in einer, also am Anfang auf jeden Fall nicht immer reinkommen. Wenn Danny hier erster wird, dann zählt es sozusagen. Wir werden selten zu viert reinkommen. Der Karl! Oh mein Gott! Der Karl! Der Karl! Der Karl. Digger, in den letzten Zentimetern, ne? Ach, du hast den geholt. Hä, ist er der 1? Er wurde erster. Also können wir jetzt raus aus Mario Kart? Oh, Digger, der Snipe. Von der Theorie her schon. Digger, mein... Du spielst die Konzentration, Digger. Ich brauch die Konzentration. Ich brauch Sound. Mein Chat ist volle Augen. Aber wenn wir das hier nicht holen, sind wir die gewissen Bastards. Ja, sind wir. Jungs, diesen Win, den ich eben geholt habe, das war wirklich... Das war ein Geschenk. Das war wirklich ein Geschenk. Hab einen gefickt, hab einen gefickt, hab einen gefickt, Levy. Bruder, Black Spirit spielt dann auf. Er kennt die Map. Er kennt sie. Er weiß ganz genau, was kommt. Einer muss sich um ihn kümmern. Wir schaffen es ja auch nicht gegen ihn. Er weiß, er kennt sie auswendig. Fick ihn, Rort. Oh, opferlich. Graf ihn an. Oh, nice. Hab seinen Arsch nicht gepickt, auf jeden Fall. Ich hab ihn festgehalten, Bruder. Der ist einfach weggegangen. Er ist knallhart, Bruder. Markus Rühl. Hä? Okay, ich hab Black Spirit auch rauslaufen. Lass Marv nicht gewinnen. Mega, nur noch Marv. Dau, dau, hab ich rausgehauen, Chat. Hab ich rausgehauen. Äh, Dankeschön für die ganzen Follows, Chat. Ja, Marv, du Hurensohn. Stark, Jungs. Wo kannst du Spiele holen? Schade, eine Schere. Pfade. GG, bro. Nice, let's go. Stark. GG. Okay, Jungs, wir haben hier guten Try. Habt ihr schon mal, äh, nebst die Spielparty an der Mitte? Nein. Nee, noch nie. Ich muss sie das erstmal runterladen. Ach, dicker, ihr beide nicht? Nee, das wird krachen. Es ist Teig für die Quarkigen. Wir brauchen das Königstier und den Quarki. Äh, Quarko mit dem Vox-Sack. Äh, Quarko. Ich geh mit dem Gorilla. Ich hab Buddy. Nimm die Muschmusch. Ist das schwer, Danny? Ist es schwer? Es ist sehr ungewohnt, das Spiel. Es ist sehr ungewohnt. Aber ich bin, ich bin der Gotti. Hallo? War das? Nichts? Es geht, oh. Ja, was ist los? Äh. Ja. Ja? War das? Ja, was ist das? Meine Frühstück-Kraft ist zu spät, ja. Es ist 15 Uhr, wer frühstückt, der ist 15 Uhr. Welcher Bastard, genau? Ja. Ist das nur eine Runde? Nein, es sind, äh, wer zuerst drei Kronen hat. Ja, genau, wer zuerst drei Kronen hat. Und wann kriegt man eine Krone? Ey, Digga, wie kann ich dich muten? Wenn die anderen raus sind. Bitte. Wie kann ich dich muten? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Och, Mann, Digga. Wir sitzen hier noch ein paar Stunden. Ihr müsst uns erklären, wie was geht, ne? Ist das okay? Wie kann ich jemanden schlagen? Digga, jocht mich, ihr Bastarde. Oh, die anderen, die blauen. Genau. Warte, ich nicht. Digga, du siehst doch, dass da Nock ist. Ja, Bruder, was soll ich denn? Ja, wie, was sollst du machen? Hast du Augen? Halt dich fest. Nein. Nein, warte. Ey, ich bin tot, ich bin tot. Warte. Ich scheiße dich an, die Spielspielst du erst mal, du fetter Bastard. Ich bin krank schon wieder. Nein, ich scheiße dich an. Boah, stark. Warte hier, ich habe mich fest. Oh, ich habe einen noch da. Nein. So, hier, guck dir die Kronen. Wie kann ich jemanden, wie kann ich sprengen? Wie spreng ich denn? Äh, äh, X, äh, äh, Dreieck. Dreieck, Dreieck. Nein, nein, ey, ey. Ich brauche, ich bin tot. Ich bin tot. Ey, ich hasse euch, Digga. Wie scheiße seid ihr? Ja, was soll ich denn machen? Mann, Digga. Bruder, ich frage die Jobshows aus meiner Hand. Keiner sagt was. Karl, bitte. Ach, du Bastard, Digga. Halt deine Fresse. Ich war's nicht zu sein, Digga. Der war Nock. Ich habe doch nichts zu machen. Und der andere hält mich fest wegen der Bombe. Okay, Bastard, okay. Okay, gut. Nein, nicht, hey, Mike. Okay, Micky, okay. Okay, gut, dann komm her, dann komm her. Ich schlage damit. Ich habe nicht eben zwei rausgefickt, ne, Ente, hör. Wie schießt ihr? Nee, er ist recht, war wieder Rohart, ja. Kopfnuss, Kopfnuss, Kopfnuss. Ich habe euch gelockt. Wie kann ich ihn nehmen? Wie kann ich ihn nehmen? Äh, R2, 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 dann schmeißt du mir ein Viereck. Nein, Micky, bitte, mein Freund. Komm her. Ich habe mich fest. Halt dich fest, Karl. Ich bin Kau. Ey, man kann sich gar nicht an der Stange festhalten. Was labert der Jungs? Ja, ja, scheiße, was sie sagen, was sie sagen. Was ist wieder Schweiße. Nein, nein, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Das hier ist die Ente. Nein, warum schnittst du mich runter? Warum, du Bastard? Warum, Teddy? Das ist eine Lesson fürs Leben. Vertrau niemand zur Ente. Das ist zu stark. Es ist die Ente, meinst du? Es ist... Nein, nein, nein. Böffel. Starke Po. Ey, wie hebe ich ihn hoch, Jungs? Und jetzt auf Jackie-Charles-Style hau ich euch die Fresse ein. Aha, eine Bombe. Respektiert sofort den verfickten Böffel. Ihr Misstkinder. Ey, Digga. Ich fucking erlebts. Digga, Danny hat mich runtergeschippt. Ich habe einen einzigen Achtung, Bastard. Aber alle sterben doch jetzt. Ich sehe nix. Halt auf. Ey, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. War noch eine, war noch eine. Sehr stark, sehr stark. Und wenn wir die jetzt holtern, dann haben wir Party-Animates, ne? Genau. Ja, okay. Ich wurde genockt. Ich habe den Köter. Digga, Carl, du Bastard. Ich habe das gesehen. Wie kann man denn so scheiße sein? Ich habe zwei Winslow, du fetter Nutten. Ja, was, wieder du, oder? Gib ihm den Kopf, das Diego. Fick ihn, was er braucht. So, nehm ihn und schmeiß deinen Arsch hier rein. Schmeiß ihn rein. So, dann zeig mal jetzt hier, ohne den Carl. Also, mit diesem Endgame-Mein ist das eine reine Zischose hier, ne? Nehm ihn, Nehm ihn, Diego. Nehm ihn, Diego. D'agotti. Nein. Nein, D'agotti. Ey. Was? Ich halbe. Diego. Nein. Ja, ist wieder Kacke, oder? Ah, ich habe einen mitgenommen. Ich habe ihn mitgenommen. Die haben gewonnen. Das Königstier. Mach ein Foto, komm mal. Ey, komm her. Mach ein Foto, schnell nach vorne. Warte her. Ich komm, ich komm, ich komm. Ja. Hä, was ist das für ein geiles Spiel, Digga? Es läuft viel zu gut. Es läuft viel zu gut. Ihr seid, ihr seid schonkoslos gegen die Gamer. Ihr versteht es nicht. Es ist der first try. Nein, nein, nein. Micky, ich zeig kurz meinen Chat, den, den Clip, den du mir geschickt hast. Von letztem Mal. Sehr gut. Guckt euch das an. Guck mal, wie Micky lacht. Digga, ich schre, ich kenne das nicht. Da wurden die gesweepst. Digga, er fickt mich raus. Auf vier Uhr morgens. Aus mit dir, Fickhase. Oh, das ist so unruhig. Schling die alle geboren mit dem Nordschal. Fick ihn raus, Micky, bitte. Du musst das so machen, hier. Hau ihn raus jetzt. Oh, wichtig. Oh, du wirst mich erst mal respektieren, Ablo. Oh, jetzt schreibst du in den Chat, wenn dein Vater ist, du Bastard. Digga, Micky, da muss gewandt werden. Ich sag's dir echt, Bro. Bei einem, bei einem, bei einem ist Spaß. Der muss weg. Digga, er hat mir Spielausgauen. Bei allen, bei allen Jokes, jetzt ist Schluss. Come on, wie Danny ist, wie zauert er nicht vor, oder? Jetzt geht's los, die Memo an Jens. Komm her, Tavlo. Die Memo an Jens. So. Aber das Game ist geil. Ja, ist wie Schluss. Fortnite jetzt. Ist so underrated? Fortnite? Fortnite? Ich kann das nicht. Wer hat dir diesen Spot ausgewählt für dich, Bastard? Haben wir hier mit dem Boss helfen? Jungs, hier ist ein Gegner, hier ist ein Gegner. Ich bin tot. Mal, Digga. Stream, bleib mal. Er kommt zu mir. Er hat mich auch geholt. Fick ihn, fick ihn. Gut, Rort. Alter, 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 Micky, wir brauchen dich. Ja, Micky holt mich hoch. Er kommt, er kommt, er ist hoch, er ist hoch, er ist hoch. Rort ist tot. Ich hab keinen Dings, keine Monik mehr. Wie viele sind bei euch? Einer. Lass da hin, Micky, lass da hin. Digga, warum kommst du dich mit uns da hin, Micky? Weil ich Eli geholt habe und da nicht hoch. Aber, Bruder, wir sind doch zu drüben. Ja, gut, da geh ich mit Schwitzacke auf ihn drauf, oder? Micky, du kannst ja brechen, ich hab dich mit Schwitzacke auf ihn drauf, oder? Und sterb wie ein Dritter, oder? Mega, ey. Weil ihr zu zweit könnt ihr nicht killen, die andere geh ich mit Schwitzacke drauf. Hast du keine Waffe gehabt? Okay, wartet, Jungs. Ich hatte keinen Schuss, Danny. Micky, lass uns kurz. Ich hatte keinen Schuss. Micky, lass uns. Micky, Micky, Micky. Oh, nee, stimmt, dass ich Eli erst mal safe holen ist, scheiße, oder? Jungs, lass uns konzentrieren, bitte. Ich hab die Marken, geh einfach zu nem Bus. Fick deine Hurenmutter, du Bastard. Hat er dich geholt? Deine Mutter geht anschaffen für nen Zwilling. Weil du nichts besseres zu tun hast am Mittag. Domme Fotze. Weil die Jochbeine deine Hurenmutter bei ihrer Arbeit ziemlich was abkriegen. Das hat keinen Sinn, Jungs. Ich werd's nicht schaffen. Er hat auf mich gesnipet schon. Kannst du woanders hingehen? Soll ich schwimmen, ich hör auf deinen Call. Ja, hier, du kannst da außenrum schwimmen. Du hast nen Medkit. Schwimm einfach. Er kommt hoch, er kommt hoch. Schwimm, schwimm weg! Oh, oh. Ach, Digga, wirklich. Oh, wie ist das denn auch so? Das Ding ist jubig so! So, ich will sofort die Schere sehen. Oh, ich schwimm dich! Hey, warte, du Bastard! Ich dachte, das trifft ihn, Bro! Mann, Digga, du bist so nervös, Mann! Ich musste was versuchen! Ja, du bist so nervös. Aber ich bin genau hinter ihm! Er tötet mich! Oh mein Gott, Digga! Oh, pass auf! 2, 3, 4, 5, 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 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10. Ich bin genau hinter dir. Attackiert sie. Digger, Micky, hast du mich grad gefickt? Ja, Micky hat sich gefickt. Nein, ich hab den hinter dir gefickt. Nein, ich war direkt hinter dich. Nein, Micky, du bist nämlich... Oh, hat ich! Ich hab's genau gesehen, er hat sich gefickt. Digger, du guckst auch bei mir an! Oh mein Gott, ich bin auch gefickt Aber der Kahn, er wird dominieren Du hast es, du hast mich gefickt, aber hast es Let's go Jungs, wir sind erster, zweiter, dritter Vierter Erster, zweiter, dritter, vierter Ne, warte mal, Roat mocht es zwei Oh, ich bin auf den letzten mit der osteuropäischen Hurentochter da Oh mein Gott Michi muss es haben Ich bin auf zwei, wenn Michi probiert, bin ich zwei Michi hat es Michi hat es Ich dachte, es ist die Mitte, weil du Ich dachte, es ist die Mitte Ich bin Torwart, ich bin Torwart Willst du Torwart sein? Ich kann es nicht Ach, ihr uns Ey, Quarko Da musst du deine Headhände rausholen Das war's schon? Ey, Jungs, wir dürfen es verlieren Nein, sechs Punkte, sechs Punkte Ich spiel's offensiv mit Ey, Quarko, mein Hut Jungs, ich hoffe, du musst dich beziehen Nach vorne, nach vorne rein Jungs, ihr könnt doch sprinten Hinterer linker Stick Hinterer linker Stick müsst ihr sprinten Digger ist das krank, was sehe ich hier Wie hinterer linker Stick? Was ist hinterer linker Stick? Ey, da leg die Wurst-Taste an deinem Controller da Die Fick-Taste Mein Ey, zwei Junge, was ist das für ein Call? Hinterer linker Stick Ein Hinkel, ja, nee, ist ja nicht Mach, mach Mach verpassen Marot, du Fick-Frosch, Digger Wieso schlägst du mich? Ich bin ganz der K.O. Wir werden verlieren, wir werden das Ding verlieren Ja, weil wir müssen uns aufstellen, versteht ihr? Digger Oh, guter Ball von mir, guter Ball Mach Meter, mach Meter Wenn ihr den nicht reinmacht, rast ich aus, Jungs Nein, war nicht Ich bin Torwart Ey, Quacko, der Quacki hier Ich mach nach vorne, warte, lass mich Einer muss immer hinter sein Schön, ihr liegt genauso, genauso Ich mach vor Ich mach vor Genauso spielen, genauso spielen Sie sollen den Büffel respektieren Die Hände Ey, Quacko Warte, ich hab, bleib vorne Oh mein Gott Schön, genau so Und der Call Nicht nach hinten, Jungs Nein, 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 Miki, du bist der Wirt Nach vorne Nein, Jungs Nach vorne, nach vorne Guter Ball Nimm das Schild Ich bin falsch Guter Ball, guter Ball, jetzt Guter Ball, guter Ball Ja, der Call Der Call Guter Ball für El Quacko Ich mach vor Lass mich mal, ich hack jetzt, jeder vor die schießen Nein Oh mein Gott, der Korpski Oh mein Gott, starker Safe Und jetzt Hab ihn weg Mach, jetzt, 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 jetzt Jetzt, bitte Guter Ball, Jungs, guter Ball Schöne Kugel, schöne Kugel Let's go, let's go, let's go Lass mich nach vorne, ne gute Kugel Oh, okay El Quacko Er ist ausgeradeband Jetzt Ey, ich bin Kau, ich bin Kau, ich bin Kau Jungs Ey, Quacko Hier hab ich Hier hab ich geopfert Mann, Digga Was macht ihr denn da Ey, Quacko hat mich gefickt Er hat mich gefickt Danny hat mich gefickt Danny hat mich gefickt Ja, Danny würdet halt wieder komplett rein Danny hat mich gefickt Danny, wie kann man so reinscheißen Ey, ich hab mich so Ey, seht ihr jetzt nicht, wie ich mich reingeschmissen habe In den Ball Seid ihr Bastard, der Digga Ich hab mich da so reingeschmissen Ah, ist das noch nicht vorbei? Nein, nein Sechs Tore Ey, Quacko, brauch ich ihn? Komm, ey, Quacko Ich bin Dead, Party Danny, komm doch mit mir an den Puck Und steh dich hier dann in meiner Mitte Wie ein Van Basten, Digga Mit der Schläbe Das bringt nichts Das ist hier kein Fusi, Digga Ich kann dir nicht passen Das ist ein verfickter Eis-Puck Geh an den Puck ran, Fickente Wie bin ich Dead? Nein Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen Es geht nicht, Bruder Das war kein Winkel Ja, stell dich noch ein bisschen frei, Danny Dann kommen wir keinen Pass, oder? Ey, wie viele Tore brauchen die? Die brauchen noch zwei, Jungs Sechs Die brauchen noch eins, die brauchen noch eins, oder? Nein, die brauchen noch zwei Nein, sechs Also es steht vier, zwei, Jungs Ich muss die Katze locken Ja Komm her, du Wichskatze Komm her Es ist die Ende, ihr Schmerz Ja, zurück, halt Du hast dein Fall, Junge Jetzt stell den Ausgleich Quacki rein, Quacki rein Guck dir das an, guck dir das mal an hier, Respekt Sehr stark, sehr stark, sehr gut Ja, gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut Das ist gut, wir müssen die nocken Die Ende, oah Warte, lass mich, lass mich Lass mich liegen BAM Schön Boah, Junge Ich fick dir jetzt Nein, ich hab, ich bin, ich fick dir jetzt Hinten bleiben, hinten bleiben Er steht da, er steht da Schön, ein Tor vor Ausgleich Mach Nach vorne, er ist nockt Das ist die Ende Mach Mach ihn 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 Mach es alles nichts, nutze Ich kann das nicht Wann schlägst du mir die Ohren Du lüpschlose Pissente Ii Vega, du schlägst A Mach vor, mach vor, 10 Sekunden Ja, das ist sauber, tanzi Gott Marie, warte schon, Leute Ich kann das nicht, Digga Danny, du bist so ein Bastard Bruder Ey, du hast mich oft da Umgehauen, als jeder andere zusammen Hallo Digga, ist das krank? Ja Ja, schön Stell dich vorne noch ein bisschen frei Fabastik ist frei Ich kann hier flanken Dass Fabastik ihn reinmachen kann mit dem Puck Micky wörtet Er ist wieder zu Er ist 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 zu Digga, ich bin noch hier drin Ich bin nicht Ich rede nur nicht Wo bist du? Ich bin drin Weil ich immer in der Fallschlopby bin, Digga Weil ihr es nicht checkt Ihr checkt es nicht Wie schwer das ist Reizukommen wie den ganzen Stream-Stypen Die anderen schaffen es doch auch Fett Wie immer schaffst du es nicht Komischerweise Warum schaffen es immer alle anderen Außer du? Erzähl es mir Warum schafft es Elie Warum schafft es Hohen Warum schafft es Zane Weil ich hab es doch beim letzten Mal auch geschafft Ich hab es doch beim letzten Mal auch geschafft Weil meine Toleranzschwäche für Mario Kart mit dem Nachjoin einfach am Maximum ist Weil ich schon achtmal mehr Challenges gemacht habe Deswegen schaffst du nicht reinzukommen, du Fett Ja, genau Weil es sich einfach abfuckt Mickey Mock ist drin Es triggert mich aus der Hölle, die es nachjoin Mickey Mock ist Und weil Daddy auch immer mit jedem Subscriber, Digga Für fünf Subgifts Mario Kart spielt Und der alle in der Freundesliste hat Und sie ihm sofort reinjoinen Der Bastard Das ist alles, Leute, auf der Freundesliste, oder? Ja, wie, 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 wie Ich muss jetzt hierher zugucken What's your money where your mouth is, little bitch Ich hab dich in der Liste, du Bastard Das ist ja dumm wieder Alters nachgejoin, der heißt 48 Stunden Stream Ja, Mann Bruder, bitte guck dir die ersten drei an Bitte guckst du die an Denny, was sind das für Lobby's, Mann? Aber ich hab auch 10k Punkte Wie viele Punkte hast du, Denny? Dinger, hast du deren Namen gesehen? Was will ich jetzt hier so angeschrien, ne? Mit seinen Toffee-Fees aufgegessen Und seinen Donuts So ein Fettfleck Oh, ist das schön Hier, da sitzt, Bruder, wie bei Das ist immer ein richtiger Randstil, das, Mickey, geil Richtig in den ganzen Randstil Das ist auch ein Lied singt Was? Oh, das ist korrekt Jetzt spielen wir jetzt zusammen im selben Boot Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's Oh, wiss ich Macher Wiss ich Oh, wow, schön Oh, sechster Nicht mal kacke Den Crank-Lobby's? Ey, Quacko auf der Zwirn Haben nicht einmal mitgespielt, Schädner Stark Boah, Rohr hat so stark, so gut gemacht zusammen So Jetzt kommt ein Quacko Äh, hello guys Äh, where you from? Redest du mit denen? Ähm, äh, eins from, äh, Portugal Wie müde ich ihn? Äh, Portugese Äh, can you please us win late? Ronaldo, Ronaldo, you know? Okay Don't, äh, haut ihn Oh, ich hab direkt ein Ding bekommen, Jungs Das sind Profis Ey, ich bin geflogen Ey, warte mal Ich bin noch Gut so, Mass Gut so, Micky Bestütz mich Ey, was will dieser Nuttenwolf? Hilf mir! Da, da Da Ey Ich hab ihn mitgezogen Ich hab ihn mitgezogen Da, da, da Tanja Tanja Stop it Tanja 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 Nein Nein No, Tanja Tanja Wie er wirdet Wer gewonnen? Die haben gewonnen Ding, du Fenster Nutzlos Ich mach Tanja raus Raus mit dir, Tanja Ah, Scheiße Ich bin auch runtergefallen Katharina, hier Kameran Katharina Was denkst du, wer du bist? Das ist dein Quacko Mach du was Stark Dein Quacko Ich bin tot Das war stark von Ding Mann, Digga, wie OP ist das? Rott, mach weg 1 gegen 1 1 gegen 1 1 gegen 1 El Quacko gegen Tanja El Quacko dribbelt El Quacko dribbelt Ente gegen die Hände Tanja Stop it Ja, Tanja Die Hände Ja, Tanja Die Hände Nein El Quacko El Quacko El Quacko Start, Junge Oh mein Gott, El Quacko leg Bitte helfen mir El Quacko Digga, Tanja fickt mich so weg Ey Gott Jungs, ist es 3 gegen 1 oder was? Wir brauchen den Gotti Ja Meine Fresse Ey Gotti, zeig es, dass du ein Gotti bist Du musst jetzt ein Gotti sein Ich verkehr Gotti Du musst ein Gotti sein Schau mal, ich bin ein Eisklumpen Du wirst Gotti sein jetzt Er liebst Sei der Gotti Benutzt das mal Fuba Benutzt das Benutzt das Nein, die Katze Die Muschmus Ey Jungs, wir haben Finale 2 gegen 2 Der jetzige Gewinner dann ist over Ja, ja Spiel defensiv Spiel defensiv We need win guys, please stop it We need win Nein We end challenge Guys, please Ich hab einen rausgefickt Quasi Was? Oh mein Gott, so Ich kann nicht Hä? Ich bin noch Ja, schön Hilf mir, hilf mir Jetzt her dann Ich hab, ich hab, ich hab Mach Katharina weg Mach Katharina weg Mach Katharina weg Ja, ich hab den Gott Ja, runter mit ihm Katharina Mach sie weg Mach Katharina weg Mach Katharina weg Mach Katharina weg Das ist die Wahnsinn Das ist die Dreck Ey Der Korn ist so ein Bastard Der Korn ist so ein Bastard Decker, ey, wenn wir das verlieren Micky Micky, warte Nein, wenn wir das verlieren, schwör ich raste raus Micky, Micky Micky hat's gewafft Micky hat's weiter rausgehauen Micky Wie kann man so reinwirken? Katharina, jump down We need win Please We need win Katharina, stop it Pass auf, die Banan auf Wunsch nicht aus Was? Haben wir es? Erst, erst Ja Wichtig Digger, Micky, du bist so ein Bastard Lass nach vorne Lass nach vorne für ein Bild Fuck hier, komm Come in, picture all together Thank you for the win Nach vorne mit ein Bild Picture, picture all together Ey Mann Iwi Ja Digger, Micky hat uns einfach geknallt, ne Digger Vielleicht links die Häuser looten da Micky einen aufgespielt Rechts, rechts Micky Fahr mal nach rechts Warum nach rechts, Eli Da ist rechts Da können wir looten, Bro Rechts, jetzt noch rechts Okay, Bro Äh, los rechts Nein, rechts, rechts, rechts Sag mir wieder was anderes Aber wir gehen genau jetzt zum Loot Hä? Wo vorne ist der Loot Drop? Wo gehst du hin? Nein, Bro, rechts, rechts, rechts Jetzt ist es over Es ist 16 Sekunden, geht die Zone los Was für rechts? Da war ein Häuser, Mann Digga, aber da ist doch der Loot Drop Du, Schwarzkopf Da sind doch... Hier sind doch überall Sachen Teil der Crew, Teil des Bruchs Danke für die Hilfe Sehr, ja Oh, es kracht so sehr Ab weg Ab ihn Ist noch einer Danny noch einer Cracked Cracked Ich muss schilden Ich muss schilden, da komm ich Ab einen Musst schilden Ne, 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 sind zwei, sind zwei, sind zwei Micky nicht rein Micky, hier fighten Wir müssen zu zweit Danny Danny Hallo Nein, er ist unten Micky, braucht die Fässer Ist ein Boss, ist ein Boss Knack Micky, über... Ja Micky Schere Micky Micky Ich lebe Schild nicht mehr, Fett von mir, no Fick ihn Kein Ego Kein Falsch Kein Falsch Kein Falsch Ego, Bro Was da? Warum Loot es? Äh, wo... Oh, wo... Oh, das war wirklich Das war ein kleiner Dämpfer Möchte ich sagen Ich wollte kurz was zu naschen Was klein ist Ich esse jetzt einen Schokoladen-Controller Ist ein großer Zerb minor das Ding Forti-Griffel-Fettvieh Boah, sieht richtig geil aus. Mmh, geil. Voll mit Schokolade. Wieder schlagen. Einfach nur schlagen. Das ist die Rache, Vicky. Boah, hab einen in der Richtung. Oh. Ja, nice, Digga. Das ist mich. Springen, festhalten. Alter, er ist ein Geek. Expektier die scheiß Ente, Wichser. Der Quarkige. Mach ihn weg, mach ihn weg. Schön. Mann, Danny! Digga, wie kann man denn jedes Mal so reinwirken? Ja, Danny haut Rohat raus und mich raus. Oh mein Gott, ich schwör, ich sag's meiner Gegner. Mann, ich schwör. Oh mein Gott. Mach ihn weg, Ente. Das Kreis ist krank. Oh! Der Quark! Oh nein. Lebequarkige Ente. Respektiert den Quark! Haha, Vicky, ich hab's genau gesehen, du Wichser. Wie kann's die Kamera ändern? Ist das krank? Der Quark, Digga, ich kann das nicht. Bam! Oh mein Gott, der Quark. Nein! Ey Gotti, das bin echt. Achso, achso, achso. Warum schlägst du mit? Einmal der Quarko anpassen. Nein! Ey Quarko! Meryli, bitte. Es tut mir leid. Verzeih dich. Könnt ihr bitte helfen mit den Bomben? Ja, ich helfe ich jetzt. Ja, wir brauchen ein paar Bananen, ein paar Fische. Oh, ich hab er rausgeballert! Richtig, Meryli! Lass raus, Miki! Oh mein Gott! Warte mal! Alter! gegen 4! Miki! Miki, Mann! Ach, Digga, er haut mich mit seinem fetten Dreckstab raus! Fett Fier! Haben wir ein Problem? Äh, so verwirrtet. Digga, Miki haut mich auch wieder raus. Miki, also, guckt ihn euch an. Ihr werdet mich sofort respektieren, Digga. Oh mein Fett Fier. Hau ihn raus, Daddy, hau ihn raus. Ich rette dich, mein Freund. Ich rette dich, Miki, siehst du das? Da liegt noch einer. Ah, ne, doch nicht. Er ist tot. Oh, ne, war wieder Kacke mit den Chucks, ne? Er kickt die Props letzte Runde. Ich fick den letzten Typen raus, dann wird wieder Props zahlen. Ne, ich hab da auch zwei rausgefickt, ne? Aber ist Kacke, hast recht. Ich bin Bitt, ich bin Bitt. Waren wir nicht zusammen, oder? Neee. Nee, hast recht, ja. Ah, ihr Bitt. Ist Juppertraubt. Vier gegen vier. Vier gegen vier. Das ist ja witzig. Aber die sind low eigentlich. Ja, dann lass rauf, dann lass rauf, wenn sie low sind. Wir müssen einen Daumen machen. 60. Pass auf Snap Power. Boah. Super, die haben super Aim. White, der ist white. Ich brauch was zum heilen. Minus 30. Was denn, was denn? Blue Life. Ey, das kann wieder gehealt haben. Das sind die Besten, das sind die Besten. Nein, mach ich nicht. Einer on me. Die Münzen da. Hab ihn, hab ihn. Hier dich. Erstlock. Hab ihn. Stark, 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 stark. Stark, 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 stark. Okay. Richtig. Ich geh jetzt ins Gameplay-Chat. Es kann sein, auf Gold-3-Lobbys, dass ich hier so zocken muss. Wer ist weg? Da, Portal, Portal. In die Ulten. Geh weg, Digga, du verschwärst mich. Hitter uns, zuhitter uns. Hitter uns. Ach, Digga, wir wurden gefickt mit der Schottkart. Weil niemand aufpasst. Habt ihr die Cards? Jungs, ich will nicht wieder an die Cards. Ich will nicht wieder da rein. Ich will nicht wieder da rein. Die Cards, Jungs. Nein, 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 Danny. Wir müssen, wir können das machen. Ich will nicht da rein. Phoenix ist da. Letzter Leben der Vergangenheit. Phoenix. Ach, Digga. Wollen wir, wollen wir einfach... Eli, Eli, lass das bitte in Zukunft, bitte anders spielen, okay? Ja, Micky. Wollen wir anders spielen? Ey, Eli, kannst du einmal bitte kurz kommen, damit ich dir das erklären kann? Mann, Micky, bitte geh mir nicht auf den Sack. Ich schwör's dir. Fuck mich nicht ab. Spiel dein Spiel. Du laberst mich immer voll, Digga. Als ob es jetzt meine Schuld ist, Digga. Halt die Fresse. Nein, ich wollte dir erklären, wie man das spielt bei der Bombe. Das ist richtig kacke. Die sind drauf. Die sind zu zweit. Nein? Ob Spike, wir könnten... Ich schick ihn nicht. Was? Was? Ich weiß, dass er da kommt, aber ich hol ihn nicht. Boah, wir werden es niemals schaffen gegen drei Loggies. Also ich weiß nicht, was ich euch vorstelle, Digga. Oh Gott. Oh Gott. Sehr gut. Sehr gut. Stark. Sehr gut. Stark. Oh mein Gott. Sehr wichtig. Sehr stark. Geht weg. Schön. Du Macher, Roald. Oh nein, stark, Roald. Richtig schön, richtig schön. Lass den Himmel läuft. Ein Gegner übrig. Super, Junge. Super, Junge. Super, Junge. Super, Junge. So stark, Danny, wie du das gemacht hast. Jungs, 6-4. Chat, das sind nicht meine Lobbys. Ich bin... Ich bin... In Silber-Lobbys kann ich was. Hier ist verwirrtet. Das habe ich noch nie gemacht, zum Beispiel. Boah! Oh, stark, Roald. Ja, der war verrückt. Der zweite Kick war verrückt. Ein Gegner übrig. Eine, letzte Long. Letzte Long. Letzte Long. Guter, guter, guter. Ein Gegner übrig. Ja, genau. Ah, noch eine in der Necke. Ja, da. Es ist die Reaper. Stark, Stark. Stark, Eli. Boah. Spike platziert. Nee, leider nicht. Nicht der Phoenix. Mann, dieser Phoenix Nickers, du Bastard! Bruder! Ich kann das nicht. Er ist so gut, Mann. Let's go! Letz... Letzter ist Long. Letzter ist Long. Fenix, habt ihr. Habt ihr. Habt ihr. Ja! Wir waren ziemlich! Sofort Full Cam. Sofort Toren aus. Okay. Viel Glück. Viel Glück, Mann. Ich bin jetzt auch. Ich mach jetzt auch drauf. Wer traut auf die Neon? Wer traut auf die Neon? Mein Brim hat so einen Status hier in der Gruppe, Digga. Der wird so gefordert. Mört ihr das? Noch 30 Sekunden. Nein. Oh mein Gott. Digga, wie kommt das? Wie kommt man da raus? Ey, woher wusste er das? Also ich dachte, das ist ne Map, um die Karte zu tanken. Er weiß es. Makellos! Das weiß der aber auch. Ey, aber 10-0 ist ja wirklich... Das hab ich glaube ich noch nie gehabt, ne? 0-11. Ich hatte das in der... Ja, lass mal's verändern. Ja, die auch perform ich halt. Also... 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Aber warte mal. Können wir drüber reden, dass er grad um die Ecke gepiept hat? Ja, er wusste es direkt. Bruder, er weiß es direkt. Also 100% Stream-Snapper. Damit herzlich willkommen. Wer hat Lust auf noch eine Runde? 5-0. 3-0. 4-0. 1-0. 1-0. Okay, da ist scheife auf wehen, da ist scheife auf wehen. Was macht Micky? Guck mal, Chet, ich hasse das, dass man die Challenge von Anfang an so auf die leichte Schulter nimmt. Ich spann von der ersten bis zur letzten Sekunde an. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich kann nicht einfach sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal in den Fortnite-Try rein. Für mich ist jeder Try, für mich ist der erste Try genauso wichtig, wie der Try mit 30 Stunden. Also, ich habe mir jetzt den Clip angeguckt. Ja, aber in welcher Runde war das? Ich habe mir jetzt den Clip angeguckt, Diagnose, Micky, du bist ein Bastard. Weil selbst wenn ich auf einem fetten Ranzen spiele, performe ich besser. Und Eli, jetzt komm hier in die Gruppe rein. Micky, ich habe keine Einladung, Mann. Ich habe keine. Boah, dann lad die doch ein und mach doch mal Epic Games einfach Freundschaftsanfragen an, Eli. Dann kann ich dir doch eine schicken. Es gibt dafür nicht mal eine Entschuldigung. Ja, wozu sollte ich auch, wenn ich performt habe? Du hast es doch selber gesagt, wenn ich die Runde einen aufspiele, ist es wieder vergessen. Nicht, wenn du mit einer Ernsthaftigkeit da sitzt und beteuerst, dass du jede Runde von Anfang bis Ende bei der Challenge ernst nimmst. Darum geht es. Mit Runde meine ich das komplette Game. Eine einzelne Runde kann man natürlich ein Totalausfall sein. Wer weiß, was da passiert ist. Ich habe es schon wieder vergessen. Da hatte ich einen Zuckerschock. Denk doch auch mal an meine Gesundheit. Das ist so, wie er spielt schon. Guckt ihn euch an. Also so, wie Roart da gerade sitzt und spielt, verlieren wir ihn. Guckt dir die Hände an. Das ist Daff. Ja, guckt dir das Rückenstrand. Ey, warte, kostet es hier. Kostet es hier. Ich habe viel Glück. Guck mal, der ist kind von Roart. Ihr Bastarde. Was geht hier auf mich? Roart, was machst du? Komm, erst mal richtig hinweg, du Bastard. Roart! Dann gibst du mal eine Bombe hier. Ey, Micky, lass mich los. Quarko, der Quarkige, ey, wir kämpfen müssen. Das ist so bitter an Ende. Mach Roart, Mann! Hä? Sorry. Hä? Ich wollte es nicht packen. Was not. Geh auf den Dino. Ich denke, die feigen einfach beide gegeneinander. Ey! Hä? Was willst du, Fetti? Nein! Ja, und der Kater holt's. Der Kater holt's, respektiert den Kater. Der Quarkige lebt's auch, ey. Respektiert den Kater. Respektiert den Kater. Bara, Bara, Bara. Okay. Ich sag dir, alle Sachen. Oh, ich bin direkt geflogen, Jungs. Obwohl, das bist du. Okay. Ey, ich hab einen auf Ditz bekommen. Ja, ich bin nicht fucking geliegt. Bam! Ohohoho. Digga, ich hab... Was? Ey, Jungs, Jungs, ich bin raus. Ich bin auch raus. Jungs, ihr müsst es holen. Oh mein Gott, die Nansch... Ach, du Scheiße. Du musst es holen, du musst es holen. Ey, Jungs, Jungs, bitte, 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 Jungs. Es ist zwei gegen drei. Zwei gegen drei. Meine kommt. Nein, nee, nee. Oh, gut. Die Somme von Karl hat mich ausgeliefert. Oh, okay. Eins gegen eins. Okay, sehr püffel. Nein, ich bin nicht am Leben. Oh, wichtig. Aber ich hab's. Wichtig, wichtig, wichtig. Noch eine Runde winnen, dann haben wir es. Wir sind ein starker Part, ja, mit Squad, Jungs. Bam! Digga, Karl! Was ist hier los? Was ist hier los? Halt dich fest, Mann, Fred! Halt dich fest, Mann, Fred! Halt dich fest, Manni! Was? Ach, Digga, ist zu fett. Ein Kater ist zu fett. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, oh, er rettet sich. Was? Das ist eh das von Macher. Ich halt das nicht mehr. Ey, Jungs, keine Bananen mehr. Falllocke. Boah, du musst rüber. Digga, was? Nee, boah, du stinkst. Was soll ich denn machen? Ich hab mich noch festgehalten. Mann, Digga, die Ente. Mann, Danny, du bist so ein Bastard. Warte, Digga. Danny ist so ein Bastard, wirklich. Die Runde geht los. Er schlägt mich sofort runter nach einer Sekunde. Ey, Quark ist wahnsinnig geworden. Er ist so ein Witz, oder? Das ist der, der quarkt. Jungs, warte mal. Das ist jetzt vier gegen zwei. Wenn wir das popeln, dann flippe ich aus. Ja, die Bombe, die kann sein. Die Bombe kommt, die kommt. Boah, ich hab die richtig gefickt. Digga, was ne Macherbombe. So schön festgehalten. Was ne Macherbombe. Okay, warte, ich will auch aufs Bild. Ich will auch aufs Bild. Komm rein, komm rein, komm rein, schnell. Ich will aufs Bild. Ich will aufs Bild. Hier bin ich. Ja, da bin ich. Guck mal, ich hab sogar noch ein Ding am Ende bekommen. Ich mach Treppenhaus hier unten. Jungs, das, was ihr machen könnt, ihr könnt euch einfach hier runter. Und dann könnt ihr uns sagen, wenn unten jemand kommt. Ja, okay. Carlo und ich machen, weißt du, ihr campt einfach ab. Ja, genau, genau. Ich guck das Fenster hier. Ja, perfekt. Okay, Jungs. Passt du auf, dass ihr nicht gestabt werdet. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Es leben noch 39 Leute. Ich kann oben gucken, wenn jemand reinkommt, ja? Ihr habt das Treppenhaus, ja? Ich guck von oben. Ja, ist gut. Jungs, ich hab noch einer von euch ne Gasmaske. Ich hab noch ne Smoke über. Ich hab ne Smoke über. Ja, gib sie her. Wo bist du? Ähm, ich check. Hi, hast du? Ruhe, hast du ne Gasmaske? Nee, ich guck nicht. Alles anspannen, Chad. Alles anspannen. Wir sind hier noch in der Zone aber, Jungs. Wir sind hier in der Zone. Wir müssen das ausspielen, ja, Danny. Klattenweste? Ja, ja, ja. Klattenweste. Bitte, auf niemanden schießen. Auf niemanden schießen. Oha, Chad, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin ein bisschen nervös. Kommt einmal zu uns. Oh, sind geht da. Wo seid ihr? Kommt einmal her. Und legt euch hin. Legt euch hin. Legt euch hin. Legt euch hin. Jungs, einer ist da. Wir warten jetzt die Zone, wenn die kleiner wird. Und wir können halt von hier in die nächste Zone moven. Es werden gleich viele Leute sterben. Weil die chillen alle in den Häusern. Die Zone geht da rüber. Auf dem anderen Dach ist es zum Beispiel auch. Also wir können rein theoretisch, wenn wir moven. Wow. Okay, Jungs, ich sag euch ehrlich. Karl, glaubst du, ich glaube, wir gehen einfach zur Brücke. Oder meinst du, das ist Müllkoll? Dahinter so einer Ridge Versteckung, wenn möglich. Ich sag, wir spielen das Haus im Lowground. Welches, welches, welches? Nee, ich weiß nicht, Bruder. Ich weiß nicht, jetzt ist... Ich smoke hier einfach und wir fliegen. Smoke und fliegen. Das Haus, wenn wir unten spielen, oder? Ja. Da ist eine Wäsche drin, da ist eine Wäsche drin. Oh, wie ist das? Ich bin im Haus. Ich auch, ich auch, ich auch. Hier sind welche, rechts, 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 rechts jetzt. Rechts jetzt, welche sind. Chillt, chillt, ihr seht in der Zone. Big chillen. Einer geht die Treppe hoch. Ich mach die Prezi genau dahin und ihr lauft. Ja, okay, gut, dann mach. Okay. Und abholt. Digga, es geht nicht. Danny? Ja. Der Luftraum ist nicht frei. Digga, ich krieg die Krise. Ich bin tot. Mann. Ich bin oben, Micky, über dir, über dir, Micky. Ja, ja, alles gut, alles gut. Hier ist einer. Hier ist einer. Ja, hier im Haus sind über viele. Da ist noch einer. Zwei geholt, ja. Sauber, Judd. Die waren oben auch da. Was hat er wieder für eine Waffe? Schade, Bro, schade, 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 schade. Waren das vier Solos? Er weiß, dass ich da bin. Oder ey, wie verschwitzt es bitte Warzone, Jungs? Tankt die verfickten Cards. Schade, 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 schade. Bis zum nächsten Mal.